hallo liebe leute hier ist christian von kürzer not plays der mit dem hut und heute geht es wieder um eine frage von euch und zwar der jörg schreibt mich an moin christian habe deine videos gesehen spiele seit einer woche gitarre und irgendwie mache ich keine fortschritte kann gerade so zwischen d und a7 wechseln im vierviertel tag klappt wenn ich mit zähle einigermaßen aber sonst mache ich keine fortschritte obwohl ich mehrere stunden am tag über wie siehst du das sollte ich also eventuell einfach nur lieder lernen grüße ja wie du spielst schon eine woche und bis noch kein meister im instrument dann würde ich dir raten höre auf gitarre zu spielen wenn du nach einer woche noch nicht fertig bist mit aller mit allen inhalten der kompletten musik ja dann kann ich ja auch nicht ja okay sarkasmus stelle ich mal einmal bitte aus also ich bekomme das immer wieder so ja ich spiele jetzt hier zwei wochen und irgendwie will das nicht irgendwie besser werden wir reden oder wir können uns gerne mal nach ein bis zwei oder drei jahren nochmal unterhalten ob du es dann immer noch nicht hinkriegst nach einer woche ja nach einer woche ist ist noch nicht mal seine gitarre eingestaubt ja ja also wenn ihr wenn ihr gitarre lernt oder neu dabei seid dann gebt euch wirklich erst mal ein jahr wo ihr kein bisschen irgendwie an euch irgendwie zweifelt oder fragt warum was nicht geht sondern ein jahr erst mal ganz stupide gitarre lernt ja geht irgendwie zum lehrer oder lernt bei mir per video unterricht lernt über meine videos und 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 dann erst nach einem jahr könnt ihr euch fragen was kann ich denn jetzt einfach mal optimieren ist so wie beim sport ja bevor man jetzt nach zwei wochen sagt ja hier hier und da und da könnte ich das verbessern ja erst mal sport machen erst mal reinhauen und dann nach einem jahr oder so kann kann ich mir gedanken machen und jetzt hier mit d7 und a7 und sowas ja und er kann schon viel viertel takt mit zählen und so ist doch alles schon geil nach einer woche ja und sollte ich eventuell einfach erst mal nur lieder lernen ist so seine frage ja nehmt euch das so ein bisschen als mischmasch ein bisschen technik übung ja so fingerübung und ein paar halt sag jetzt mal standardmäßige sachen und nehmt euch einfach ein lied was ihr einfach und euch anschaut am besten irgendwas was ihr gut findet einfach mal anschauen wie sowas gespielt wird und dann guckt euch dazu dann die techniken an und dann versucht das dann zu lernen es gibt natürlich auch so bücher die dann so die didaktisch aufgebaut sind je nachdem am besten ihr nehmt euch einfach ein lehrer der kann euch das nämlich immer dann zu spielen was ihr gerade braucht und wie viel ihr braucht und ihr könnt ihn natürlich auch fragen was kann ich denn spielen um das und das zum beispiel möchte ich mal spielen was kann ich mir denn da angucken dafür ja also bitte macht euch nicht zu viel stress nach einer woche oder nach drei oder auch nach zwei monaten das dauert einfach alles gitarre spielen ist wie eine sprache lernen das kriegt man nicht einfach so nach ein paar wochen hin ja und ja dementsprechend würde ich dann die frage auch abschließen ich glaube das haben wir alles hinbekommen ja und schaut euch meine anderen videos an kommt bei meiner homepage vorbei da gibt es viele viele andere videos kommt bei meiner facebook seite vorbei like die da da bleibt ja auch immer auf dem laufenden hier das video wenn euch das gefallen hat dann einfach den daumen nach oben klicken und ja ansonsten bis zum nächsten mal also die 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 Vielen Dank.